Was? Der eine lebt auch wieder? Okay, da muss ich doch ein bisschen anders vorgehen. Und ich dachte, ich hätte jemanden auf meinem geistigen Niveau getroffen. So viel dazu. Es entsteht einfach so viel Schaum, weil da so viel Kohlensäure drin ist. Ah ja. So. Ich muss mir hier ein genaues Bild machen. Hast du das doch, der auf mich da geballert hat? Ah, das ständig befragen. Sind ja allwissend diese Snipertypen. Snipertypen. Ja klar. Was? Steht alles voll mit denen. Verarscht ihr mich? Jetzt bin ich gar nicht wieder tot. Oh. Oh. Schade Schade Schokolade. Oh. So. Oh, das gibt's doch nicht. Kommt schon, ihr wollt es auch. Dass ich euch jetzt nur benutze, um mein Leben wieder komplett aufzuladen, ist schon traurig. Das ist doch nur ein einzelner Typ. So. 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 Ups, ich wollte nicht so weit nach unten. Achtung, alle Einheiten, wir brauchen sie alle im Einsatz. Bis auf weiteres kein 10-10 mehr. So. 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 Das ist ja so klar, ne? Oh, diese Scharpschützen gehen mir gerade sowas von auf den Sack. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, wenn wir ein Schlauweb vorgehen, dann plötzlich wissen die, dass ich da hinten auf dem Turm bin. Komm, wenn die jetzt wieder wissen, dass ich hier bin. Der ganze Kran, den Sionis heute durchgezogen hat, war er wirklich halt ein Joker. Natürlich, was... Ja... Ach so, da hinten ist auch noch einer. Ja. Ich will aber nicht, warum es auf Batman abgeht. 50 Millionen Dollar und die ganzen Krille? Das ist der Scheiß, das ist er. Das ist der Scheiß, das ist der Scheiß, das ist der Scheiß. Das! Jetzt! Bleib doch liegen! Ach, dämlicher, verschissener Sturm! Weißt du, da muss sie hier die Hälfte der Gegner einfach ausschalten. Alle Einheiten, wenn sie 10, 10 sind, melden sie sich bitte. Du musst hier wirklich die Hälfte der Gegner ausschalten, um überhaupt eine Chance haben zu überleben. Was ist denn das für... Was ist denn das für ein Riegel? Es ist wirklich Stoppenduster und da sägt jemand. Ich... Ich komm nicht klar. Also mit einer Kreissägeflex, was auch immer. Mit irgendeiner Elektrosäge. Oh oh, oh oh. Ich will nicht nur an dir vorbei, um deinen Freund da hinten. Oh, zum Teufel steckst du! Ich hab ihn hier drüben! Dich holen wir auch noch Sicherheitshalber nicht, dass du plötzlich die Sniper bedienen kannst, so, jetzt aber, dürften wir logischerweise, naja logischer, gibt's hier kein logisch, haben wir ja vorhin gesehen, weil hier hinten, glaub ich, war auch noch jemand mit nem Sniper, die sind ja hier überall, naja, ne, wisst ihr, was das heißt für mich, dass ich denen hier auch noch nen Besuch abstatte, sicherheitshalber. So, der ist auch gut weg. So, der ist auch gut weg. So, der ist auch gut weg. Wir müssen erst... Ja, ich hab verstanden, es geht nicht. Muss ich wirklich einmal das machen, damit es falsch geht, damit ich's beenden kann. Ist ja auch mega nice. Oh! 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 Abermals hallo. Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist. Es war mir eine Freude, Batman. Aber alles hat einmal in der Nähe. Okay, der geht nicht hoch, der geht runter. Das war das Wichtigste für mich gerade. Ich dachte, du wolltest die Stadt retten. Warum verschwendest du also deine Zeit mit mir? Okay, der geht auch nicht mehr so hoch. Der bleibt unten. Wird hier sein können. So. Jetzt aber. Ich war sicher, dass du scheiterst. Niemand hat so viel Glück. Du musst damit aufhören. Womit aufhören? Die Straßen zu säubern? Dafür zu sorgen, dass die Polizei ihren Job macht? Das System von Korruption befreien? Ist dir eins davon ein Dorn im Auge? Oder etwa alle? Du benutzt gestohlene Daten, um Leute zu erpressen. Und? Es erfüllt seinen Zweck. Und es ist doch netter als die Schläge, die du so gerne austeilst. Denk drüber nach. Ja. Und jetzt sehen wir auch alle Relais hier in der Gegend. Das sind leider noch so einige. Was ist das? Ich benötige eine nicht beschäftigte Einfluss für einen Spezialeinsatz. Hm. Da. Also wie gesagt, wenn es nichts sein muss, werde ich diese Snipertypen da komplett ignorieren. Ich muss nicht unbedingt gegen die kämpfen. Jedenfalls im Moment. Also werde ich es gefühlt auch sein lassen. So, das andere war doch auch hier in der Gegend. Das ist natürlich nicht hier oben. Hast du mich? So. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Irgendwo da oben. Oh nein. Natürlich ist das jetzt der Snipertyp von ganz da hinten. Und der hat mich auch schon gesehen, weil ich konnte wieder eine Rauchbombe werfen. Natürlich ist ja klar, dass der sofort mich sieht und weiß. Das geht mir wirklich gerade bis auf den Sack, die Typen da. Und der hat mich auch durch das doofe Gitter. Und der hat mich auch durch das doofe Gitter. Also komme ich direkt zu Ihnen. So. Jetzt haben wir ein Problem. So. Der Rest müsste eigentlich schnell gemacht sein. Sind da wirklich hauptsächlich diese Snipertypen? Die einem echt auf den Sack gehen. So, ich habe jetzt diesmal keine Handschuhe genommen, weil die Seil Ausschaltung mega geil ist, finde ich. So. Und dann jetzt wieder da hin. So. Und so. Danke. Und das belastende Material gehört mir. Und Treffer versenkt. War zwar nicht unser Ziel gerade, aber... Oh, das kriege ich nicht vor dir. Schade. Ach, vielleicht von hier. Bereit? Eins, zwei, drei. Ach, sehr schön. So. Machen wir den da noch? Das müsste ja dann da lang sein. Aber das ist wieder runter aufs Eis, oder wie? Das ist viel zu schwer. Und die Jungs sind gerufen. Die sollen noch ein Van vorbeibringen. Also warten wir einfach. Die Straßen sind dicht. Das könnte Stunden dauern. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Das ist ja nicht. Nein, ich sehe keine andere. Das ist ja nicht. Danke. mit einem schild bitte schon im messer so ähm Untertitelung des ZDF, 2020